Vielen Dank, Herr Kellen. Herr Ferridge, bitte für zwei und eine halbe Minuten. Wir sollten nicht den 9. Mai feiern, sondern den 8. Mai, den Sieg in Europa-Tag. Das letzte Mal, dass die Deutschen versucht hatten, den Kontinent in Stücke zu schlagen. Rund die Hälfte der Länder bekam ihre Demokratie zurück. Was wir am 9. Mai feiern, ist der erneute Versuch, mit anderen Methoden die Demokratie in Europa zu zerschlagen. Ich habe keinen Zweifel, dass Jean Monnet am Anfang gute Absichten hatte. Er dachte, man müsse die Nationalstaaten abschaffen, damit es keinen Krieg mehr gibt. Er konnte zu der Zeit beobachten, wie diese Taktik in Jugoslawien funktionierte. Aber wie im Kommunismus ist alles furchtbar schiefgelaufen. Und die EU-Titanik hat nun den Eisberg getroffen. Es ist eine EU des wirtschaftlichen Scheiterns, der Massenarbeitslosigkeit, des niedrigen Wachstums. Und es ist eine EU mit dem wirtschaftlichen Gefängnis namens Euro. Dies ist höchst gefährlich für den Kontinent. Wir haben es zu tun mit massenhaften Unruhen und vielleicht sogar Revolutionen in Ländern, die in die völlige Verzweiflung getrieben werden. Aber eventuell gibt es eine Gelegenheit und gute Nachrichten. Eine demokratische Rebellion hat begonnen. Im vergangenen Jahr in Finnland, wo die wahren Finnen beinahe 20 Prozent der Wählerstimmen erhalten hatten. In vielen Ländern sehen wir politische Bewegungen links und rechts, die hohe Ergebnisse einfahren. Das ist aber nicht zwingend positiv. Was wir letzten Sonntag in Griechenland gesehen haben, ähnelt an die Wahlen in Deutschland 1932. Die Mitte, der Status Quo kollabierte und die Extremen auf der linken und rechten Seite erlebten einen Aufstieg. Dieses Projekt hier könnte womöglich eine Wiedergeburt des Nationalsozialismus in Europa einleiten. Wir bewegen uns in die falsche Richtung. Wir müssen die Eurozone aufbrechen. Wir müssen die Mittelmeerländer freilassen und ein Europa bauen, das auf Handel basiert. Auf Handel, auf Kooperation, wo wir an einem Tisch sitzen und uns auf vernünftige Regeln einigen, über Verbrechensbekämpfung und die Umwelt. Wir können all das leisten, aber nicht, wenn wir uns unter dieser Flagge versammeln müssen. Ich schulde dieser Flagge keine Treue und die meisten Menschen in Europa genauso wenig.